Seit der Planetenlandung war uns die Natur des Objekts unklar. Erst als es langsamer wurde und den Kurs änderte, wussten wir, dass es ein Schiff war. Ein Schiff von der Erde, gestartet zu einer Zeit, die unmöglich schien. Sein Kurs ist eindeutig, seine Ankunft steht bevor. Die mögliche Wiedervereinigung versetzte die Kolonie in einen Freudentaumel. Wir warteten auf die Ankunft und waren auf alles vorbereitet. Nun ist das Warten vorbei. A strong leader has nothing without a land to rule over. And in Rising Tide, new biomes await with challenges and benefits of their own.